Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi. Wir sind wieder, der Lasko und der Nobody. Es ist wieder Zeit für 7 Days to Die. Oh, ich bin schon gefallen. Gebrochen? Hast du gerade den Woodframe? Ich wollte den gerade wegnehmen und hab ein bisschen drauf gesprungen. Gut, wie versprochen sind wir hier, um ein bisschen zu clearen. Aber wir müssen auch aufpassen, wir haben ein bisschen Munition schon reingesteckt. Achtung, links, von links. Ich blute sofort. Okay. Ich halte das im Auge. Jo. Okay. Die Leitern können jetzt immer weg. So. Wacke hier. So. Heute war ja ganz witzig, sag ich jetzt mal. Also der Turm hat's echt gebracht, Leute. Wenn ihr in so eine Lage kommt, wie wir es waren, dass eure Sachen kaputt sind, wie auch immer, könnt ihr da oben ausharren. Wir hätten ja auch nicht runter gemusst. Das ist eine entspannte Pose, oder? Sehr, ja. Und dann noch mit den Armen so wippen. Freigeschaltet. War's das schon? Oh, hi. Mahlzeit. Oh, hier ist Loot. Okay. Ah, hier geht's nicht lang. Da geht's lang. Lasst ihn in Ruhe! Au, 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 au. Schon wieder am Bluten. Was ist denn los? Gestunten und Bluten, die sind gut. Das sind, glaube ich, noch Horden-Zombies. Oha! Oh, äh, ich blute und bin auch gestunnt. Ich komm, ich komm, wo bist du? Kann ich auch regenerieren? Hardcore! Den einen hab ich nicht gemerkt, weil der andere war zu laut. Wo bist du? Äh, neben dir. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz mein Inventar, äh, den Wood-Frame hier rausholen. Der nervt. Ziemlich wenig Leben. Komm mal hier rein, mal Tür zu. Oh, guck mal, ist noch ein dicker. Boah! So, das war einer. Working Stiff-Tools. Was haben wir denn da? Munitions-Tasche. Oh! AK, Flinten-Muni. Oh, ein gutes Hunting-Knife-Stun-Betten. Nägel. Toll. Hier ist halt, ich hab noch Lockpicks. Mach auf. Ich versuch mal den Safe zu öffnen mit einem Lockpick. Ich drück dir die Daumen. Jo, 10 Sekunden noch. Vielleicht hab ich's. Die Dinger sind Gold wert. Äh, ich hab ne Eisenschaufel. Yay! Ah, scheint gut zu gehen. Ah, verdammt, ganz am Ende. Ganz am Ende. Nein! Ich hatte nur zwei. Hast du noch Lockpicks? Äh, lass mich mal grad gucken. Das Ding ist fast offen. Zweimal fast durch. Nee, nee. Ich wollt ja welche holen, aber nee. Verdammt. Dann schlagen wir das Ding dann auf. Das ist jetzt ärgerlich. Stonex. Dumm. Boah, zweieinhalbtausend. Äh, apropos Stonex. Ich muss mal kurz gucken, kann ich die reparieren? Ja. Ähm, komm. Was geben wir uns jetzt? Hast du noch einen Sledge dabei? Der ist besser. Äh, nee. Der ist kaputt wahrscheinlich, ne? Nee, nee, nee. Ich hab nicht dabei. Okay. Oh, warte mal. Ich muss noch mal die Maus. Ach. Ja, so ist besser. Bäm, 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 bäm. Das ist ärgerlich, der war fast offen, ne? Es fehlten drei Sekunden und danach fehlten irgendwie 1,7. Ja, so ist es mir auch, äh, in meiner Folge Alarmstufe Loot, äh, glaube ich, gegangen. Hat nicht mehr viel gefehlt, sondern, äh, kaputt. Äh, hast du zufällig Steine? Äh, zufälligerweise, äh, ja, hier. Und einer? Ja. Sehr gut. Dann hol ich mal Steine ran, weil die werden wir noch brauchen bei dem Tresor. Bleib mal hier. Okay. Ich hole mal ein paar Steinchen. Äh, Steine. Steine. Wo seid ihr? Wenn sie antworten, dann musst du dir Sorgen machen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Kennt ihr das? Ihr sucht keinen Stein. Ihr seht überall Felsen. Ihr sucht einen Stein. Es gibt nicht einen Felshaufen. Oh, ja. Und hier habe ich... Nicht einen. Und hier habe ich auch das Gefühl jetzt in dieser neuen Alpha, in dieser experimentellen. Es hat sich was an der Grafik gemacht und auch an der Textur. Besonders jetzt gibt es halt so kleine Steine und die Textur wurde, glaube ich, auch minimal verändert. Teilweise denkst du, da ist ein Steine... Ah, ne, das ist Textur. Bist du schon fast stolz oder froh und... Ah, ne. Ätsch. Ja. Honig. Honig, cool. Ich habe ja Infektion. Mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zu DuckTales. Wir sind die Panzerknacker. Ja. Ohne Steine. Wahnsinn. Oh, da liegt einer halt, aber... Toll. Da habe ich zwei. Schaut mir ihn an. Unfassbar. Er hat zwei Steine. Drei mal vielleicht, wenn ich vier, fünf habe, können wir die Axt schon mal zwei, dreimal reparieren. Das passt ja. Ja. Wie viele hast du noch am Safe? Äh... 212. Nur noch? Ja. Oh, okay. Ich habe gedacht, wir bräuchten jetzt mehrere Steine. Dann komme ich wieder rein. Ich habe ein paar gefunden. Scheint daran zu reichen. Ah, da bist du ja. Ah, falsch. Ich bin gestunnt und habe eine Infektion oder was? Oh! Ist das schon tödlich gestunnt? Ich guck mal kurz. Trade. Hm, ich fall hier schon ins Dummy auch nach Ende. Okay, ich habe Honig genommen, aber ich glaube nicht, dass nur Honig reicht. Was war denn? Das hier. Hey. Sledgehammer. Sehr schön. Der war in Tresor. Lustig. Genau. In Orange. Dabei gab es auch nochmal hier so ein Mod Upgrade. Insulated Liner Mod. Ich glaube für Kleidung. Und was war das andere jetzt? Lass mich nicht lügen. Äh, hier. Iron Cross Bow Bolts. Ich habe hier noch was für dich. Ah, danke. Cool. Merci. Bitte, bitte. So, aber jetzt wo du gerade draußen warst, bin ich am überlegen. Komm ich hier auch Stein raus? Ja, ein Stein. Yippie. Massenhaft. Oh. So. Ne, das lohnt nicht. Gut. Ähm. Du bist hier unten? Da. Ich bin oben. Ich sehe mich schon noch ein bisschen um. Ich habe aber wieder Munition für dich gefunden. 22. Cool. Ist das nicht schlecht? Ah. Okay. Okay. Hier sind noch mehr. Jutendach. Mal hier runter. Okay. Die kommen jetzt alle. Vorsicht. Äh. Ich kauf nix. Boah, der springt an. Macht hier einen auf Trinity Jump. Ehrlich? Ruhe. Platz. Boah. Leute, ihr nervt. Okay. Okay. Komm nix. Ich könnte mal so einen schönen Helm freilassen mit Licht, ne? Äh, ich glaub mit Licht gibt's die so nicht mehr. Du musst die nur noch upgraden. Ah, okay. Ich hatte heute sowas, äh, in der Facebook-Gruppe gelesen. Okay. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, genau. Von mir auch. So, erstmal ein Wässerchen hier trinken. Hä? Ich hab doch Wasser getrunken. Ach ne, ich hab auch für dich selbst... Verpeilzockt. Oh, darum waren hier so viele, guck mal. Oh. Pilz. Pilz ist gut. Ich brauch Antibiotika nämlich. Da hinten sind auch nette Sachen. Okay, ich glaub, diese Halle, diese Riesenanlage lohnt sich noch sehr. Mhm. Wir bleiben hier mal ein bisschen. Okay, neunten Jahre Laser, kann man auch nicht meckern. Ja, äh, toll, ne Quest. Ja, das kommt jetzt noch bald. Ach guck mal, meine Infektion geht zurück nach dem Antibiotika. Das ist gut. Äh, nach dem Honig. Ja. Das ist wirklich gut. Äh. Tartpulver 15. Ist der gerade runtergesprungen? Was ist das? Ich weiß nicht. Was kriegen wir denn hier raus? Hier. Wenn die hier draufhauen. Okay, Plastik. Hm. Oh nein. Ich bin in der Klemme. Ich komme. Boah, von hinten kam der. Ruhe. Okay. Du siehst aus wie der Resident Evil 1 Zombie. Hehehe. Oh nein. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Hier kommt noch ein Kollege. Ich versuche meinen Nahkampf jetzt ein bisschen. Oh, das ist gerade ätzend. Der hat gerade beschleunigt. Mit dem Holzknüppel nicht so geil, ne? Oh nein. Die sind oben. Lass mich. Oh, der Stun-Button war meine Rettung. Warum hat denn jetzt hier an dieser Stelle so beschleunigt, frage ich mich. Lol. Äh, Rage Mode? Ne, ich meine mein, äh, Avatar. Shamway. Yo. Gut, dann loot mal das Ding auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, Honig und noch mal Papier. Toll. Ich esse mal so eine Dose hier. Na, was ist denn hier? Altes Sham Sandwich. Food Poising, Max Tamina. Pepp, pep, 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 pep. Ja, warte mal. Das schmeißen wir jetzt hier mal rein. Das brauche ich nicht. Ähm, hier, ich schmeiß dir mal Munition auf den Boden. Gut. Komm mal zu mir, wenn du kannst. Ich gehe neben dir. Okay. Habe ich. So. Danke. Das können wir mal zerlegen. Was ist das hier? Fleisch, Schießpulver. Das können wir auch zerlegen erstmal. Ähm. Das können wir auch rein. Das können wir auch rein. Wir essen mal noch ein altes Sandwich. Mal gucken. Was uns das bringt. Ähm. Double barrel. Oh, ich habe eine neue Double barrel gefunden. Sehr gut. Cool. Komm mal hier. So. Ihr zählt mir erst ein. Ich habe vier mal Forged Steel. Damit können wir aber, glaube ich, noch nichts machen, oder? Nee, musst du lernen. Soweit ich weiß, musst du lernen, das zu benutzen erstmal. Also, das zu können. Ja. Bist du dann? Hier. Dem Förderband gefolgt. Hast du den Wood Frame weggenommen? Ja, sorry. Edgy Bitch. Sowas. Das war jetzt Gerechtigkeit ausgleichen. Das war jetzt der Ende von eben. Ehrlich. Karma. So. Zack, zack. Bam. Hallo. Förderband. Okay. Coole Anlage. Ehrlich. Okay. Vorsicht, Zombies. Ruhe. Oh, da kommen sie alle jetzt. In die Nüsse. In die Nüsse. Gehen die Schüsse. In die Nüsse gehen die Schüsse. Waren das gerade zwei Shots? Hohoho. Party hart. Ehrlich. Hey, irgendwie hat das Ding einen Bug. Ich kann manchmal zweimal schießen. Lasst ihn in Ruhe. Deinen Jagdgewerden, meinst du? Ja. Weil manchmal lädt der nicht nach und ich kann zweimal direkt schießen. Freu dich. Aber jetzt, der Schüsse ist auch daneben gegangen. Egal. Aber es ging doch. Seht ihr, meine Pistole ist gleich leer. Das meinte ich mir, das ist nicht sehr viel. Wie viel Leben hast du? Äh, ich hab 86 Leben. Okay. Oh, ich hab ein Sham Old Sham Sandwich. Da sind die Dinger nicht mehr grün. Ich glaub, es gibt auch noch grüne. Guck mal, da hinten ist sogar eine Shamway versteckt. Das ist was Gutes drin. Kommst dran? Ja, da hinten, ja. So, was haben wir da? Bier. Ja, sehr gut. Hallo, jemand da? Äh, ich kauf nix. Oh ja, da kommen ein paar Manager, die sind ein bisschen pisst. Ich komm, ich komm, warte mal. Na, Kartoffel hab ich gefunden. Wo? Deine Tür? Jaja, Vorsicht. Dann mach mal auf dein Ding. Warum kann ich jetzt... ... ... ... ... ... ... Aber ich glaube, du, wir haben jetzt das Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ziemlich überladen. Ich habe es schon aussortiert. Jetzt geht es gerade. Ah, Gott, ich habe auch noch traurig. Was war denn das? Ja! Ja! Es sollte bedrohlich klingen. Ich habe es vergeigt. Oh, cool! Bottle of Acid Spiritus. Ja, Flinten-Muni-Kochtopf können wir zerlegen. Ja, Lute kann man sich nicht beklagen, also läuft hier. Auf jeden Fall. Muss ich mal kurz... Oh, was ist das hier? ...lurken. Schattisch. Oh nein, ich bin voll runtergefallen in den Keller und hier ist alles voller Viecher. Oh Gott. Äh. Ich bin rausgerannt. Boah, ich bin komplett runtergefallen und da war alles voller Zombies. Das war gemein, ey. In der Tat. Äh, das war gemein. Äh, das war echt gemein. Boah. Na, ich versuche dich mal zu finden unten. Ich bin draußen vor der Haustür. Ja. Ich muss einfach nur darunter fallen, wo ich die Pämmisse beinne. Äh, ich glaube ich komme von der anderen Seite lieber, weil da ist gerade sehr viel los unten. Das kann ich bestätigen. Ich laufe am besten noch mal rum. Warte mal, wie sind wir... Ich kill die, ich kill die Dinger jetzt hier. Zwei von denen habe ich hier, die anderen sind zu dir, glaube ich. Ach ne, hier sind noch zwei. Drei. Ah, das glaube ich sind alle hier. Ja, ich sehe, dass sie zu dir laufen. Ich bin jetzt in der Haupthalle. Oh, vier. Oh, fünf, sechs. Keine Ahnung. Wie viele. Düp-dü-dü-dü-dü. Da. So, die hatte ich, glaube ich. Meine Pistole ist so gut wie leer jetzt. Du kriegst noch mehr Besuch. Krankenschwester, Resident Evil Zombie. Ja, nehmen wir alles. Ich lasse sie jetzt mal schön rauslaufen, weil sonst stecke ich hier fest. Tu das. In der Zwischenzeit, was sagt mein Inventar? Ähm. Ob-da-dub-da-dub-da-da. Bist du in der Haupthalle? Äh. Da kommen noch mehr, mein Gott. Komm mal runter. Oh, da. Oder? Oh, da. wenn diese nachkommen auf einmal schießt doch so kaputt sehr schön schnell reparieren jetzt trifft er mich noch das gibt es nicht und ich verfehle den ohne ende lauf mal weg ich bin gleich da auch gott die feile wieder welch mal so jetzt liegt er auch nichts mehr ein feiner kommen auch sehr gut ist dann ich wollte ich habe hier keine party hart beende meine gerade ja die kommt mal gerade alle wieder reingerannt also zwei kommen raus gerade und einer habe ich noch von denen schon okay habe ich meine feine hallo freunde ich will nur raus ich will nur raus ach du die kommen jetzt von oben runter gefallen die kommen von ich werde gestanden ich glaube du bist jetzt da wo ich eben war die kommen ja alle raus so leute was sagst du dazu ich würde mal sagen ich würde sagen wir sind wirklich am ende einer folge angekommen wir bedanken uns fürs zuschauen wir versuchen hier zu überleben und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder wenn es heißt spaß mit zombies in engen hallen tschüss